Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Part, Silberlob 2. Ja, im letzten Part haben wir ja aus keinem bocktechnischen Gründen das Level abgebrochen, weil das ist echt ein Scheiß und ich lasse mich da nicht verarschen, ne? Ich sag nur, fick dich! Oh, eine Monadenfelle. So, wir machen mal... Ja, klar, keine Ver... Ja, gut, ich geh kurz Batterie wechseln. Das ist leicht, ne? So, jetzt müsste der Scheiß nochmal wieder funktionieren. Alles geht kaputt. Meine Fresse, Inks... Äh, ja, Inks... Äh, Rodenbeschleidigung und Zeug. Äh, Inks farbzerstörendes Experiment hat den umliegenden Bezirk eingefroren. Oh, das ist cool. Ein Eislevel und nur 40 Inspiration. So, wir schauen mal hin. Was ist das? Das war jetzt mal echt eine geile Szene. So, wir drücken mal A. Inkt hat alles eingefroren. Wir brauchen Farbe, um es aufzutauen. Was machen die da unten? Aua. Okay, A und B. So, dann schauen wir mal rein. Was gibt's denn hier? Okay. Das Wasserkraftwerk hier hat mal ganz Prisma City mit Strom versorgt. Was hat Inkt angerichtet? Alles ist eingefroren. Was ist mit den ganzen Arbeitern passiert? Sieh mal da! Die Inktagenten lassen die Graulinge Schlitten über das schwarze Eis ziehen. Warte mal eine Minute. Schwarzes Eis? Das sieht aus wie eine gefrorene Tinte. Oh, meine Fresse. Die große Fabrik sieht wie der perfekte Ort zum Aufstellen einer Transformationsmaschine aus, um die gefrorene Tinte zu schmelzen. Rutsch rum und finde den Weg nach oben. Oh ja. Dürfte ja nicht so schwer sein. Du musst rausgehen auf die gefrorene Tinte, um die ganzen frierenden Arbeiter vor den Inktwachen zu retten. Eine der Graulinge wird die Schlüssel haben und dich durch das Tor lassen. Denk dran, du kannst eins drücken, um den Kompass anzuzeigen. Gefrorene Tinte ist gefährlich, also halte nach ABC-Schutz und weiteren Farbboards Ausschau, bevor du zu weit vorrückst. Okay. Dann. Ich hab geteilt. Er ist. Ah. Wow. Ah. Geil, hier schüttet er alles. Hm. ABC-Schutz, ABC-Schutz. Da. Oh Gott, hier hat mir gar keine Kontrolle oder so irgendwas. Und wie schnell man ist. 290. Ja. Wow. So, so, äh, braun. Und da ist noch eine Situation. Ah. So, das erste. Gut, ich würde sagen, hier holen wir uns einen ABC-Schutz. Ähm, 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 ähm. Ähm, ähm, ähm. Ähm, ähm, lasst mich durch. Äh. Ah. Ich hab gar keine Kontrolle hier oben. Ah, ja, ist mir lieb, mein Mann. Und so. Okay. Oder 20 Sekunden Zeit. So, so. Irgendwann gibt's noch welche? Wow. Alter, das hier voller Park. Eine Sekunde. Eine Sekunde. Wollen wir uns jetzt kurz ausprobieren. So. Hey. So. Das ist ja voll so eine geile Steilwand. Nnnn. Fett, alter. Nnnn. Oh, geil. Ah, aber gibt's noch was? Da. Bla, bla, bla. So. Gibt's da noch welche? Oh, fett. Oh, da war schlecht. Und. Ja. Geht besser. So, die Hälfte hast du. Bleib dran. Einer noch. Oh, geil, die Hälfte. Wo, 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 wo. Ich verreck gleich. Ja, wo denn? Die Arbeiter haben das Tor, äh, haben die Torschalter für dich freigegeben. Nutze ihn mit Violett. Oh, okay. Ähm. Nun ist mal rot und blau müssen wir ja noch irgendwie finden. Das wär irgendwie geil. So. Rot. Blau. Gibt's hier nicht. Ah, da gibt's blau. Nein, hast du ausgesehen? Hab irgendwann ich blau gesehen. So, Violett. Gebt doch mal Gas, Junge. Bäm, so. Die Torhüter sind gesprengt. Du bist der Blub. Ich bin der Blub. Ah, eingefroren Leute. So, schauen wir mal weiter. Wir haben die Tore passiert, aber wir müssen uns beeilen. Die Inklagenten sind auf dem Weg. Kletter auf die Spitze dieses Turms der Substation und benutze den orangefarbenen Schalter. Ich habe eine neue Geheimwaffe für dich, aber wir brauchen die zusätzliche Energie. Oh, das klingt doch super. Lassen wir die Dinger hier zu stellen. Bisschen Sachen einflauen, bisschen färben. So ein bisschen abchillen. Oh, das Wasser. Blub, 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 blub. So. Vielleicht noch Graulänge wird frei jetzt. Wow. Muss ich da etwa hoch, oder? Weiß ich nicht. Habe ich nicht so mitbekommen. So. Ja, da will ich jetzt aber nicht runtergehen irgendwie. Weil ich nicht weiß, wie ich da wieder hochkommen soll. Kann ich nicht alles anmalen? Ach, orange, okay. Ah, nach oben. Aber wie soll ich denn da hochkommen? Ist das irgendwie AVC-Schutz oder so? Ah. Okay. Oder so. Nein. Au, 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 au. So. Jetzt holen wir doch mal eine orange. Also rot. Und gelb. So. Oh, man. Der Schalter ist schon aktiviert. Oh. So, warten wir kurz noch. Und hoch mit dir. Oh, da, la. Ich habe die Energie der Substitution benutzt, um einen Graviton extra zu befüllen. Graviton erlaubt es dir in der Nähe, befindliche Ink-Agenten sofort zu zerstören. Oh, das ist... Oha, nice. Graviton. Generiert einen Graviton-Effekt um Blob herum, der Gegner und Farbe ansaugt. Wenn du das Graviton zerschlägst, beginnt der Countdown zu laufen. Gelang so nah wie möglich an die Ink-Agenten heran, sobald er Null erreicht. Du kannst den Countdown beschneiden, indem du B gedrückt hältst. Sie werden gar nicht wissen, was sie getroffen hat. Jetzt bist du bereit, zurückzuschlagen. So. Die ganzen Leute fallen von oben runter, irgendwie. Achso, das sind die ganzen... Ah, soll da noch vorbeigehen. So. Hä? Ich habe doch das Ding aktiviert. Hä? Alter. Oh. Ja, wo ist denn das Tier? Hä? Lol. Alter, wie kann ich hier wieder zurück? Es gibt hier kein Wasser. Es gibt hier kein... Es gibt hier kein... Es gibt hier kein... Es gibt hier kein Wasser. Oh, hier. Jetzt nicht verarschen. Alter, warum erst hier? Ich glaube, das Spiel will mich langsam echt richtig verarschen. Ich habe doch das Graviton extra genutzt. Was wollt ihr dann? Hä? Ich check das Ding nicht. Ja, klar. Halt dein Maul, ey. Meine Frist, wie ich halt hier voll am Akkacken bin. Ja, geil. Geheimwaffe. Ja, ja, klar, klar. Aber das sind jetzt auf einmal die Leute immer noch da. Das check... Das check ich jetzt nicht, ne? Oh, vergiss dich. Alter. Es geht nicht. Die sollen das Ding gehen. Ah, Mann, Alter. So, ganz durch jetzt. Wo ist denn... Ja, gut. Toll, müssen wir das Ding hier wahrscheinlich wieder erst holen. Ja. So. Jetzt ganz ruhig. Wir haben das Ding. Ja. Okay, jetzt versuche ich es mal. Es sollte jetzt das... Leute, pass mal auf. Ich hole mir das Ding. Und jetzt? Ah, toll. Nur blöd, dass es so lange dauert. Aber ich glaube, die kann man es beschleunigen. Ah, okay. Erst langsam kriege ich es raus. So, jetzt hat es nicht Spaß und zerstören wir noch. Die können wir so fertig machen. Wieso? Oh Gott, wir haben gar kein Zeug mehr. Gibt es hier noch extra ist? Ja, lass mich in Ruhe. Und Bäm. Oh, ich brauche irgendwie ein wenig... Oh. Farbe. Wollte ich sagen. Aber hier gibt es auch nichts. Ihr Penner. So, erst mal hochgehen. Ah, da oben, ey. So. Bäm, Alter. Super. Ja, im nächsten Part machen wir dann weiter. Also, ciao Leute. Ciao. 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 Ciao.